Das, was du dir vorstellst, ist keine Fantasie, sondern in dem Moment, in dem du es dir vorstellst, ist das, was du dir vorstellst, eine Tatsache. Und so wie uns im nächtlichen Traum Dinge begegnen, wenn wir während des Tages lange genug bei ihnen verweilen, genauso werden dir die Dinge im Traum des Lebens begegnen, bei denen du lange genug in deiner Vorstellung verweilst. Deine einzige Aufgabe ist es, also beständig wieder und wieder zum erfüllten Wunsch, zu der Erfahrung, die du machen würdest, wenn dein Wunsch erfüllt wäre, zurückzukehren. Dann kann keine Macht dieser Welt dich davon abhalten, die Wunscherfüllung in deiner Welt auszudrücken. Aber du musst es tun, du musst es selbst tun. Das Schöne ist, es macht Spaß, es zu tun. Es macht Spaß, mir die Dinge vorzustellen, die ich in meiner Welt erfahren will.